Wer vermag es denn zu spüren, was sich still, unfühlbar entzieht? Ach, was kann uns lebend führen in wahres Dasein? Das entflieht. Ein Gesang, der sich vielleicht herniederlässt, streifend, wie ein milder Hauch, der reicht in Wahrheit langsam reifend in Dir, in Welt und Sternen, bis hin zu diesen Fernen, ins Nichts, wo alles sich enthält, Dein Sinn in Ewigkeiten fällt. Inwelt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020